So, jetzt gehe ich in die Filmbörse rein. Die ist ab 18, 18 bin ich schon. Mal sehen, letztes Mal waren so kleine Pornostars da gewesen. Bei dem Bekleiden waren ich kannte die noch nicht. Wollen wir nicht rein da? Okay, dann will ich gleich rein. Ganz schön gemacht. Ganz toll. Aber wir haben keinen Platz mehr. Für die Wochen wird ja nicht Platz. Ist aber groß, ne? Aber schön gemacht. Jetzt muss ich mal reingehen. Und hab gedacht, nur geguckt habe ich eben so. Und dann hab ich gedacht, hör. Da kann ich nicht dran vorbeigehen. Das hat man so einfach ganz groß gelesen. Jetzt muss ich hier rausgehen. Das darf ich nicht mehr hier sein. War schön. Also, wenn, wenn sie gut ist, sind das immer die Frau. Wenn also, musst du nicht. Und wenn also, musst du nicht. Das ist echt nicht. Ja, ja. Die 3 von Papert. So, let's go. So, let's go. Das ist so ein T-Shirt für mich hier. Darf ich mir auch ein T-Shirt kaufen? Ich habe ein T-Shirt für mich entdeckt. An alle, die versaut sind jetzt, das ist ein Maus-Pad, das ist das erste Mal, ich habe gar nicht gewusst, was es ist, aber bequem, natürlich das Handgelenk, fürs schwersten Arbeiten Handgelenk. Einmal den richtigen Weihnachtsmann, den echten. Super. 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 Ein Moppelmoppel. Wenn der Hut so weiter unten ist, hätte ich gedacht, das ist er jetzt nicht. Aber richtig gut gewesen. Richtig toll. Wirklich. Letztes Mal. Wo bist du denn? Letztes Mal standen wir auch davor. Jetzt frag ich dich wieder. Wie heißt der? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Eigentlich hätte ich ihn immer erkundigen sollen. Da steht der Name. Das ist der T-70X-Wing. Toller Name. Auf den Namen wäre ich nie gekommen. Warum kann man den nicht in so einen Vogelnamen geben? Amsel. Amsel-Warrior-Krieger-Kanale. Da läuft The Walking Dead. Warum bleibt The Walking Dead? Warum bleibt The Walking Dead? Warum bleibt The Walking Dead? Kommt da noch ein Bach? Ja, wir haben immer gewonnen. Und genau Star Wars. Also hier von Star Wars. Was schön gemacht bei Star Wars. Was schön. Fertig gut. Ja. 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 Quem that ex? Ich hab mich instead. Ja. Es war so. Wie funktioniert. W Produksele-K Tanah sind. Tschau 어질� attend betạm. Das war am last. Das finde ich toll. Das sieht unheimlich gemütlich aus. Ich habe schon viele Stars gefilmt und bin richtig so rangegangen. Die sind ja alle beim Fotos. Ich hätte sie uns hier gerne gezeigt. Du fehlst nur ein bisschen. Ein bisschen fehlt mir. Beide nicht angerempelt da, ne? Schön, ja. Ist toll. So, wir gehen jetzt Richtung Ausgang. Es war sehr schön gewesen. Viele Kostüme und Gewandungen haben wir gesehen. Aber trotzdem weniger als das letzte Mal. Ja, weniger, ne? Deutlich weniger. Aber war trotzdem toll. Ich fand die sehr hübsch. Jeder, der sich Mühe gibt und mit irgendwas kommt, finde ich immer toll. Und ja, gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Channel, wenn ihr möchtet. Und ansonsten... Tschüss Wochenende!